Willkommen zu diesem kurzen Infovideo und zwar möchte ich einfach nur ganz kurz erklären bzw. nochmal sagen, dass es ab morgen jetzt so ablaufen wird, dass es nach dem neuen Uploadplan geht, was ich ja schon in einem Video vor ein paar Tagen gesagt hatte, dass ich jetzt in Zukunft nur noch zwei Spiele statt vier bringen werde, einfach um halt ein bisschen mehr Ordnungen zu haben. Und darüber hinaus wollte ich noch ganz kurz sagen, dass vermutlich, ich bin wohl nicht ganz sicher bzw. ich würde es gerne machen, die Frage ist jetzt allerdings, ob es klappt und zwar soll es bald ein weiteres zusätzliches Let's Play geben, das werde ich jetzt allerdings noch nicht sagen, vor allen Dingen, weil es ja noch nicht klar steht, was es, bzw. wann es jetzt ganz genau anfängt. Es wird auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes sein im Vergleich zu sonst, aber es bleibt trotzdem im Gaming-Bereich, jetzt nicht wundern. Jedenfalls ist es jetzt so, dass es trotzdem, trotz diesem neuen Projekt, jeden zweiten Tag ein Video kommen wird. Und das wäre zum einen Spellforce hier auf Dawn und zum anderen Super Smash Bros. Ultimate. Das wird sich dann auch so weiter durchziehen, bis halt mal das erste Spiel von beiden wirklich endet. Und dann geht es dann mit dem nächsten Let's Play los, was ich schon längst geplant habe und auch gerne, ja, endlich mal spielen würde. Und dann gibt es natürlich noch Super Smash Bros., wenn das dann durch sein sollte, was aber noch wahrscheinlich eine Weile dauern wird. Ähm, dann geht es weiter mit vermutlich Oblivion. Und wenn das dann abgeschlossen ist, geht es dann weiter mit Zelda, sodass ich dann quasi so langsamer sicher dann die ganzen alten Let's Plays dann mal durchkriege. Weil, wenn ich das so weiterziehe, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr endet, ähm, mal eins von den Let's Plays wirklich endet. Ne, also, gut, Spellforce eventuell noch dieses Jahr, wenn das so weitergehen würde, aber ich kann halt auch nichts versprechen, ne. Gut, ähm, ich rede schon wieder viel zu viel. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ab morgen geht es mit dem neuen Uploadplan los. Und, ja, bis zum nächsten Video. Oder auch nicht. Bye!